hallo und herzlich willkommen zu wenn ich habe gehört dass das eines der gruseligsten in die horror games ist die man spielen kann und wer sich fragt warum fängt der nicht schon ab zu brüllen denn es ist acht minuten vor zwölf stockduster ich bin gerade durch den wald gelaufen weil ich gerade von arbeit kam ich komme so um die zeit immer von der arbeit unten pen natürlich eine ist nicht so toll wenn ich ihn aufwecken würde so wir passen gerade erst mal die gedönse an dass ich den linken gerade noch wahrnehmen kann es wird wundervoll wie weit muss ich denn da runter okay gerade noch wahrnehmen das ist das ist gerade noch wahrnehmen wieso mache ich das nicht einfach deutlich höher oh mein gott okay qualität fantastisch wundervoll dann port mich mal wieder zurück mein freund und wir fangen mal an zu spielen ich hoffe euch geht es gut und so ne ich meine ich hoffe euch geht es so gut dass wir alter ich muss da nicht jetzt schon durch oder gibt es hier irgendeine art von irgendwie von wegen was weiß ich wie hallo ich bin das spiel wenn ich wie geht es euch gut okay mit strg druck ich mich hallo ist hier schon irgend jemand oder irgendwas links ist eine lampe okay da da rechts sehe ich irgendwas egal eine mene äh eine mene muh da hinten ist irgendwas eine mene muh und raus bist du okay du bist raus verpiss dich okay ganz vorsichtig ich weiß nicht was mich erwartet aber so stark du hast du alter hinten wird es rot warum wird es da hinten rot alter dieses spiel ist krank das ist jetzt schon krank und ihr habt die lautstärke mega brutal hoch gestellt ich hoffe ich schreie nicht ine mene mene muh und raus bist du ine mene mene muh und raus bist du okay dann gehe ich da lang auch wenn ich da gar nicht lang gehen will ich will eigentlich nur zurück und hinter dem kitter warten was zur hölle tue ich hier wieso kann ich nicht einfach warten okay ich geh jetzt hier lang warum auch immer das wird doof sein das wird doof sein ich geh doch sonst im kreis hier muss da irgendwas sein was mich aufhalten wird bitte nicht bitte nicht da war nichts da war nichts das war einfach nur ein dummes ventil alter okay jetzt links rum oder links rum links rum denn ansonsten komme ich jetzt zum start zurück und da muss eine wand sein alter dieses spiel nimmt mich mit dieses spiel nimmt mich mit ich werde heute nacht nicht schlafen können wieso tue ich das ich werde heute nacht nicht schlafen können ich werde heute nacht nicht schlafen können hallo irgendjemand hier irgendjemand der mir folgt dann renne ich doch mal weiter ich hoffe ihr habt einen wundervollen tag gehabt denn ich habe gerade scheiß ich sonst was was ich weiß nicht mal was mich hier erwarten wird vielleicht nackte männer die in der ecke sitzen und schmollen vor allen dingen schmollen das licht ist Oh, oh. Alter. Hilfe. Werde ich verfolgt? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was machst du für Geräusche? Alter, was machst du für Geräusche? Hör auf, solche Geräusche zu machen. Werde ich verfolgt? Ich werde nicht verfolgt. Okay. Alles gut. Alles gut. Dieses Spiel macht mich nur fertig. Alles in Ordnung. Hi. Hier kann ich völlig nicht landen. Das ist schade. Alter. Hallo? Was ist das? 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 Warte, was? Was ist das? Junge, ich will da nicht lang gehen. Habt ihr das gehört? Heilige Kacke. Heilige Kacke. Was war das? Was war das? Ich will hier nicht weiter hinrennen. Ich will hier nicht weiter hinrennen. Ich will hier nicht weiter hinrennen. Ich höre Geflüster. Da war irgendwas an die Wand gezeichnet. Aber ich will nicht gucken. Ich weiß nicht, warum. Ich verlasse mich hier einfach auf mein Glück. Ich hoffe, ich habe Glück. Alter, ich bin so angespannt. Ich will nicht schreien, aber ich werde immer lauter. Ich werde immer lauter. Ich darf nicht laut werden. Ich darf... Heilige Scheiße, Alter. Oh, guck mal, da pinkelt einer. Und da ist Geblitze. Hallo? Kann ich hier irgendwie rein? Guck mal, ich kann hier rein. Ist das nicht toll? Haha. Das ist wundervoll. Ist irgendwas hinter mir? Oder sonst irgendwas? Okay, nein. Ich höre Geflüster. Warum höre ich Geflüster? Ich will kein Geflüster hören. Junge, ich habe gerade tatsächlich Schiss. Ich habe gerade tatsächlich Schiss. Werde ich verfolgt? Ich weiß... Er kriegt schlecht Luft. Das kann nicht so supi sein. Werde ich verfolgt? Ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Äh... Fuck. Ene, meh, 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 muh. Und raus bist du um ein Popo. Ich kriege gerade Elektroschocks ab. Denn das Ding ist da am Blitzen wie ein Bekloppt da. Oh, bitte nicht. Bitte, dass hier ein Ausgang sein. Was hier denn... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter, was zur... Was zur Hölle? Was ist das? Nee, ich schreie. Ich schreie. Nicht schreie. Nicht schreie. Das ist eine Kacke. Werde ich verfolgt? Was ist das? Hi. Alles gut? Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Warum renne ich da hin? 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 Was? Folge den Rohren. Ja, das... Was ist das? Was ist das? Ist das oder was? Was ist das? Da liegt was an der Wand. Was ist das? Nein. 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 Fick dich. Da habe ich keinen Bock drauf, Alter. Nein. Ich verzichte. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum. Ich verzichte einfach. Verfolgt mich das Vieh? Ich weiß nicht, ob mich das Vieh verfolgt. Ich bleibe einfach mal hier im Licht und gucke. Bitte verfolgt mich nicht. Bitte. Heilige Kacke. Ist da irgendwas? Hallo? Da war tatsächlich ein nackter Mann, der sich an die Wand gelehnt hat. Junge, ich habe so viel Schiss wie noch nie. Das ist krank, Alter. Das ist richtig brutal krank. Wer es wissen will, heute ist der zweite Zehnte. Dann könnt ihr mal gucken, wie schnell ich sowas hochlade. Ich laufe weiter. Ich glaube, er verfolgt mich nicht, oder? Okay. Eins. Zwei. Drei. Okay, der nackte Pedo verfolgt mich nicht. Nochmal. Ja, okay. Letzter Blick. Ich will mich nicht umdrehen. Vor allem nicht, wenn du solche Schniefgeräusche hier machst. Das waren zwar keine Schniefgeräusche. Alter, das sind ein paar Fehltexturen, die mir auch noch Schiss machen. Okay, ich bewege mich mal gerade ein bisschen schneller zurück. Oh Gott, Alter. Ich drehe mich gerade schon wieder selber um. Wo bin ich hergekommen? Oh Gott. Ich gehe einfach mal hier lang, ne? Penis. Hallo. Penis. Wow. Ich habe ein Stück Papier aufgenommen. Was bringt mir das Stück Papier? Kann ich... Oh. Hallo. Was ist das? Das sieht sehr schön aus. Was? Nackter Pedo, Mann. Du hast keine Sachen an. Aber heute ist es doch so warm. Ich will nicht. Ich will nicht. Gehe weg. Dann gehe ich hier lang. Kein Problem, oder? Das war der Weg auf Doom. Oder auf... Nein. 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 Und das Stück Papier verbiete ich mir. Moment. Irgendwo ist eine Leiter. Oh. Okay. Wir müssen auf jeden Fall eine Leiter finden. Das ist wundervoll. Ich weiß nicht, wo ich bin. Deswegen kann ich diese Karte leider schlecht benutzen. Oh Gott. Nein. 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 Werde ich verfolgt? Hallo? Werde ich verfolgt? Was zur Hölle ist... Was ist das, Alter? Äh. Renn. 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 Bitte. Bitte. Renn. Bitte. Alter. Hör nicht auf zu rennen. Sprinte einfach. Sprinte. Da ist ein Schleiter. Und ein Zettel. Ein fetter Zettel. Wo zur Hölle lauf... Wo laufe ich lang? Ich höre ein Geknautsche hinter mir. Irgendeiner verfolgt mich. Alter. Oh, so eine Kacke. Alter. Ohne Scheiß. Wer einen schlechten Tag haben will, dem empfehle ich dieses Spiel. Oh. Menü. Menü. Ich habe wohl genug herumgezogen. Oh. Und das ist erst mal die Alpha. Ich will gar nicht das volle Spiel sehen. Wenn ihr noch mehr von dieser Scheiße haben wollt, dann sagt mir doch Bescheid. Ich werde jetzt bestimmt erst mal keinen zweiten Part davon machen. Außer wenn wir genug von euch in dem... In dem... Sagen wir mal im Hintern liegen und sagen... Spiel das nochmal. Ich weiß nicht, wie sich das Ende angehört hat. Wahrscheinlich behindert wie ein... Oder keine Ahnung. So habe ich es zumindest im Kopf. Ich habe mich richtig erschrocken und wollte einfach nur nicht aufschreien. Und habe irgendwie das Ganze runtergeschluckt. Und das hat sich so angehört. Alter. Was war... Ich glaube, ich bin schon in Richtung Ausgang gelaufen, oder? Da ging ja voll die Action ab, Alter. Vierte Party, damn, what a... Okay, sexy Bitch. Nö, nicht wirklich. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war absolut krank. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie ich probiert habe, nicht laut zu sein. Und mir selber keine Angst einzujagen. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wollt von Vanish, Spendt mir das in die Kommentare. Zeigt mir das eventuell mit dem Like-Button. Teilt vielleicht sogar mal das Video. Das hat nämlich noch nie einer gemacht. Tatsächlich noch nie. Ne? Ich kann ja mal die Jahresberichte zeigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und hab noch einen besseren Abend, als ich den jetzt haben werde. Bis dann. Und ciao. Bis dann.